Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ihr seht es bereits, es ist mal wieder Zeit für eine Uhrenvorstellung. Heute soll es sich um die Landwin Rolex Submariner Hommage Uhr drehen. Ja, der Name Landwin wird wahrscheinlich den wenigsten hier etwas sagen. Das ging mir ganz genauso. Ich habe die Uhr zufällig auf Amazon gesehen und habe festgestellt, dass die Uhr vom selben Verkäufer vertrieben wird, der auch die Bersigaruhren anbietet. Und ja, da habe ich gedacht, schlage ich einfach mal zu und teste diese Uhr hier aus. Ja, um es schon mal vorwegzunehmen, es handelt sich bei der Landwin wieder um eine gerebrandete Pagani-Design. Ja, also die Pagani-Design-Uhren habe ich ja schon oft vorgestellt. Bin ich ja ein großer Fan von, da bekommt man ja wirklich sehr viel Uhr fürs Geld. Und ja, bisher hießen diese Uhren in Deutschland ja immer Bersigar oder Pagrinder-Design. Und jetzt hat man sich also auch dazu entschieden, diese Uhren unter dem Namen Landwin anzubieten. Warum man das macht, weiß ich selber nicht. Also, ja, die Chinesen sind scheinbar sehr kreativ und ändern die Namen da alle zwei Wochen. Ja, ich habe mich hier für das Hulk-Modell entschieden. Also, wir haben hier ganz klar eine Hommage an die Rolex Submariner Hulk. Also mit dieser schönen grünen Keramik-Lünette und dem grünen Ziffernblatt mit Sonnenschliffeffekt. Ja, das Besondere an dieser Uhr, ich habe ja bereits eine Pagani-Design Submariner Hommage auf dem Kanal vorgestellt. Allerdings gab es die Uhr ja bisher nur in einem 43mm Durchmesser. Und diese Landwin hat tatsächlich, wie das Original auch, 40mm Durchmesser und passt somit viel besser ans Handgelenk. Ja, weiterhin haben wir noch so ein paar kleinere Veränderungen, dass wir die Lunette nochmal farblich besser dargestellt haben hier. Und auch das Gehäuse wurde überarbeitet. Aber da gehen wir später genauer drauf ein. Ich würde sagen, schauen wir uns mal einmal die Verpackung an. Ja, geliefert wird die Uhr hier in dieser Landwin-Box. Wir haben hier so einen Pappumschlag, den wir einmal ganz einfach abziehen können. Und dann sehen wir auch schon die eigentliche Box. Ja, das hier ist im Endeffekt genau das, was wir auch von Pagani und Bersigar kennen. Also wir sehen das hier, ne. Es ist wieder diese bläulich gummierte Oberfläche mit dem goldenen Schriftzug. Also hier sieht man schon ganz klar, dass das hier aus einer Familie kommt. Pagani und Landwin. Unten haben wir wieder die goldenen Details. Also ich sage immer, für den günstigen Preis dieser Uhren sind die Verpackungen definitiv nicht schlecht. Hier steht dann nochmal das genaue Modell drauf. Landwin. Genau, machen wir das Ganze einmal auf. Dann kommt uns direkt so ein Garantiegutschein hier entgegen. Ganz interessant zu sehen. Hier sehen wir es nochmal. Bersigar, Landwin. Also das ist im Endeffekt eine Firma. Man hat da nur wirklich verschiedene Namen. Übrigens diese Ben-Ja-Uhren werden auch teilweise unter dem Namen Bersigar. Bersigar angeboten. Also das ist teilweise ja ganz schön schwierig, da den Durchblick zu behalten. Aber am Ende des Tages sind es alles die gleichen Uhren. Ja, dann haben wir hier noch so eine kleine Anleitung. Auch das kennen wir schon von Bersigar und Pagani Design. Allerdings für uns jetzt nicht wirklich weiter relevant. Ist natürlich nicht schlecht, dass sowas dabei liegt. Dann unter diesem Schaumstoffschutz haben wir dann den Rest. Ja, hier haben wir die restlichen Bandlider. Ich habe das Band natürlich schon gekürzt. Was man direkt wieder positiv hervorheben kann. Wir haben auch hier wieder verschraubte Bandlider. Natürlich auch komplett solides Band. Das ist für so eine 100 Euro Uhr wirklich genial. Und was ich persönlich auch sehr gut finde, ist, dass die Bandlider hier in der Mitte dieses Mal nicht poliert sind, sondern tatsächlich geschliffen. So wie es bei der originalen Submariner halt auch der Fall ist. Ich denke, das sieht einfach deutlich besser zu dieser Taucheruhr aus. Und als kleines Gimmick haben wir dann noch so einen kleinen Schraubendreher mit im Set. Damit kann man dann entsprechend direkt das Band kürzen und die kleinen Verschraubungen hier lösen. Packen wir hier den Rest wieder zusammen. Und dann kommen wir mal zur eigentlichen Uhr. Ja, wie gesagt, wir haben hier also quasi wieder eine Pagani-Design-Uhr. So wie wir es kennen. Nur halt, dass wir hier 40 mm haben. Die Bezeichnung bei Pagani-Design für dieses Modell wäre dann PD 1661. Wir haben hier wieder eine sehr gute Ausstattung. Eine Keramik-Lünette. Saphir-Glas. Ein Seiko NH35A-Automatikwerk. Das Gehäuse und Band komplett aus 316L-Edelstahl gefertigt. Wie ich gesagt habe, verschraubte Bandlider. Auch solide Endstücke sind vorhanden. Das sieht man hier. Also, ja, ausstattungstechnisch müssen sich diese Uhren wirklich nicht verstecken. Also da bekommt man wirklich sehr, sehr viel fürs Geld. Ja, apropos Geld. Gehandelt wird diese Uhr aktuell auf Amazon für um die 100 Euro. Ja, mal gibt es eine Rabattaktion, dann kostet es vielleicht 90 Euro oder so. Aber das ist halt so dieses Preis-Spektrum, in welchem sich die Uhr bewegt. Ja, zu den Abmessungen, wie ich es eben schon erwähnt habe, wir haben 40 mm Durchmesser, eine Lack-to-Lack-Länge von 47 mm, eine Höhe von 13,5 mm. Wir haben den Bandanschluss hier mit 20 mm und das Ganze verjüngt sich unten an der Schließe auf bis zu 16 mm. Das Gewicht sollte mit Band, mit sämtlichen Gliedern drin, ungefähr 150 Gramm betragen, halt so wie es beim Original auch ist. Ist halt eine ganz klare Hommage an die Submariner. Ja, was mir persönlich besonders gut an dieser Uhr gefällt, ist tatsächlich die Farbgebung. Also ihr könnt euch im Vergleich gerne nochmal das Video der 43 mm Submariner Hulk anschauen. Da hat man nochmal einen ganz guten Vergleich. Aber ich muss wirklich sagen, dass Pagani-Design bzw. Landwind oder wie auch immer die Jungs heißen, hier wirklich farbtechnisch nochmal nachgearbeitet haben. Also wir kommen von der Farbe hier deutlich näher ans Original ran. Dieser Grünton ist nochmal so ein bisschen heller oder milchiger, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das passt auf jeden Fall nochmal besser. Beim Vorgängermodell war der Grünton ja eher dunkelgrün und hier haben wir jetzt eher so ein helleres Grün. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Gut, das Ziffernblatt ist natürlich hier entsprechend mit Sonnenschliffoptik ausgestattet, so wie es sich gehört. Das macht im Licht wirklich einiges her. Wir haben dann hier auf dem Ziffernblatt den Landwindschriftzug. Darunter steht dann noch Original. Das hätte man sich sparen können, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber stört jetzt auch nicht besonders. Ja, dann ist hier natürlich wieder vermerkt, dass die Uhr 100 Meter wasserdicht ist. Ja, ich sage immer, wasserdicht sind die Uhren auf jeden Fall. Ob es wirklich 100 Meter sind, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Unten natürlich nochmal, dass wir ein japanisches Werk drin haben. Wie gesagt, das Saiko NH35A. Können wir uns ja auch einmal anschauen hier. Wir haben hier Pagani Design üblich. Wieder einen durchsichtigen Gehäuseboden, wo wir das Werk direkt sehen können. Da steht es auch links vermerkt NH35A. Ist auf jeden Fall ein absolutes Arbeitstier. Also ich habe das Werk ja inzwischen schon echt in einigen Uhren gehabt. Ja, die Uhr, die ich am längsten im Einsatz hatte, war tatsächlich die Invicta Pro Diver mit über vielen Jahren. Und das Werk lief am Ende immer noch absolut einwandfrei. Also da kann man sich definitiv nicht beschweren. Das ist schon echt ein gutes Werk. Wir haben bei diesen Werken natürlich Handaufzug und Sekundenstopp. Das ist auch ein schönes Feature. Ja, die Krone hier hat dieses Landwin-Logo. Sieht auch recht schick aus. Generell finde ich, dass die Uhren für den Preis echt gut verarbeitet sind. Wir haben hier oben drauf komplett eine geschliffene Oberfläche und an den Seiten hier poliert. Und ich finde, das sage ich immer wieder, dass der Übergang echt gut gelungen ist. Also ja, da braucht man sich auch wirklich nicht vor Seiko oder ähnlichen Herstellern verstecken. Das macht schon einen guten Eindruck. Auch schön anzusehen ist dann tatsächlich das Finish der Lunette. Wir haben hier dann auch an der Seite mattierte Stellen und oben drauf dann so einen leicht anpolierten Rand. Und das sieht dann gerade im Licht immer sehr gut aus. Ja, zur Lunette an sich. Ich glaube, wir haben hier wieder 60 Klicks. Fühlt sich ansonsten wertig an. Wir haben allerdings so ein kleines bisschen Spiel immer bei den Uhren. Ich glaube, kann man es sehen. Ja, sieht man. Das ist halt ganz normal. Aber an sich finde ich, dass sich die Lunette etwas wertiger anfühlt. Hier habe ich zum Beispiel mal die Pagani Design Explorer, beziehungsweise GMT, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe. Wenn ich die hier drehe, ich finde, das hört sich blecherner an. Hier hört sich das Ganze irgendwie feiner und etwas wertiger an. So im Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera den Unterschied hier wirklich auffangen kann. Aber das wäre mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, was ja auch immer wichtig ist, ist hier oben die Passgenauigkeit gegeben ist. Ja, das ist hier definitiv der Fall. Ich denke, das sieht man. Ja, das Band gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, im Vergleich haben wir hier bei dieser Pagani Design ja diese polierten Mittelstücke. Und da finde ich hier dieses Geschliffene wirklich einfach besser. Man hat weniger Fingerabdrücke, weniger Mikrokratzer. Sieht einfach wertiger aus. Die Schließe macht auch einen sehr guten Eindruck. Typisches Rolex Design im Grunde. Hier dieser Klappverschluss. Ja, und dann, wo man die Uhr wirklich hier nochmal ein bisschen überarbeitet hat, ist hier dieser Drücker. Der lässt sich hier viel leichter öffnen. Also man braucht hier quasi gar keine Kraft mehr aufwenden. Bei den anderen Modellen, die ich bisher hatte, musste man da schon ein bisschen Kraft aufwenden. Also das geht hier jetzt super einfach. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Dann ansonsten haben wir hier natürlich auch wieder die Taucherverlängerung. Hier ist sie gerade draußen. Dann hat man 5 mm Verlängerung. Und man kann sie dann hier wieder einklappen. So ist es dann kürzer. Und so ist das Band dann verlängert. Finde ich auch ein ganz nettes Gimmick. Ja, ich würde sagen, dann setze ich die Uhr einfach mal auf. Ja, so sieht die Uhr dann an meinem 16,5 cm Handgelenk aus. Ja, was soll ich sagen? Persönlich finde ich diese 40 mm Durchmesser deutlich, deutlich komfortabler zu tragen als 43 mm. Ich finde es wirklich toll, dass Pagani Design da nochmal nachgearbeitet hat und auch die kleinere Version hier rausgebracht hat. Das ist halt auch einfach deutlich näher am Original und wirklich auch für kleinere Handgelenke super angenehm zu tragen. Und was ich wirklich sagen muss, ist, dass die Farbgebung echt genial ist. Also sieht im Endeffekt genau aus wie eine originale Submariner Hulk jetzt. Also da hat man echt nochmal ein bisschen was rausgeholt. Ich hoffe, dass die Kamera das hier gut wiedergeben kann. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Grünton. Es gibt die Uhr natürlich in allen möglichen Submariner-Farben. Ganz klar die klassische schwarze Version, die blaue Smurf-Version und unter dem Namen Pagani Design, habe ich euch unten auch mal verlinkt, gibt es auch schon das 2021er Submariner Design, dann auch in 40 mm. Dann haben wir dann die Version, wo hier draußen die Lünette grün ist und innen drin dann schwarz, das Ziffernblatt. Das nennt sich ja, glaube ich, Kermit oder Starbucks. Dann gibt es auch noch die Version mit der blauen Lünette und schwarzem Ziffernblatt. Ja, wie gesagt, Link ist auch unten in der Beschreibung. Kostet auch um die 110 Euro, nur dann halt unter dem Pagani Design Branding. Diese Kermit-Version der Uhr habe ich mir übrigens auch mal bestellt. Die kommt dann in den nächsten Tagen auch mal bei mir an. Dann können wir die gerne mal vergleichen, die Uhren. Allerdings, was ich da dann auf den Bildern gesehen habe, ist, dass wir hier einen polierten Mittelsteg haben. Das finde ich ein bisschen schade. Aber müssen wir mal gucken, ob es dann in echt auch wirklich so ist, weil mir persönlich dieses Gebürstete deutlich, deutlich besser gefällt. Ja, dann würde ich sagen, mache ich nochmal einmal das Licht ganz kurz aus und wir schauen uns einmal die Leuchtmasse dieser Uhr an. Ja, im Dunkeln angekommen, können wir uns hier nochmal die Leuchtmasse ansehen. Also, was mir immer sehr gut gefällt, ist, dass wir hier auch so einen Blauton haben. Halt im Endeffekt wie beim Original, wie bei Rolex üblich. Natürlich, der Punkt, der 12-Uhr-Punkt auf der Lunette ist grün beleuchtet und an sich, die Leuchtmasse ist nicht besonders hell. Aber, ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Also, es gibt Besseres, aber es gibt auch Schlechteres. Aber ich denke mal, die Leuchtmasse ist ja jetzt nicht das Hauptargument, warum man sich so eine Uhr zulegt. Aber ich denke, man muss es auch einmal gezeigt haben. Gehört ja auch mit dazu. Ja, das soll es dann auch schon zu dieser Uhrenvorstellung gewesen sein. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Also, ich finde, dass das wirklich eine rundum gelungene Uhr ist. Ich habe eigentlich keinen Kritikpunkt. Also, ganz ehrlich, ich finde, für 100 Euro bekommt man wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr viel Uhr. Mir gefällt die Farbgebung sehr gut. Ich bin allerdings auch mal auf die Kermit-Version gespannt, wie die dann aussieht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. In nächster Zeit wird es noch weitere sehr interessante Uhren geben. Unter anderem habe ich eine 30 Euro Submariner Hommage bestellt. Die wollen wir uns mal anschauen. Dann habe ich auch noch eine Omega Speedmaster Moonwatch Hommage bestellt. Auch sehr interessant. Dazu gibt es noch kaum Infos im Internet zu diesem Modell. Ja, da kommt also noch einiges Interessantes in den nächsten Wochen auf euch zu. Ja, in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber und ciao!